Wusstet ihr, dass ihr bis zum 30.11. eure Kfz-Versicherungen wechseln könnt? Und ist euch eigentlich klar, dass Toyota einen eigenen Versicherungsdienst hat? Was der alles kann, das zeige ich euch jetzt. Toyota hat seit über 20 Jahren einen eigenen Versicherungsdienst. Dieser wurde nun gerade zum 11. Mal als bester Kfz-Versicherer ausgezeichnet und liegt in der Welt unter den Top 10 der Kfz-Versicherer. Aber wer ist denn eigentlich euer Ansprechpartner für die Versicherung? Das bin ich, das ist Tobi, Alex, Rudolf und im Schadenfall sind das unsere Jungs vorne aus der Werkstatt. Pascal, Waldemar, eigentlich alle hier. Was immer ihr zu klären habt mit der Versicherung, das machen wir für euch. Im Schadenfall, Abrechnung, Ersatzwagen, Reparatur, alles machen wir. Ihr kommt nur zu uns und ihr habt alles in einer Hand. Und wenn der Schaden mal außerhalb unseres Einzugsgebietes passiert, dann sind ca. 360 Händler in ganz Deutschland für euch Ansprechpartner. In ganz Europa sind es über 3000 Händler. Und wenn es dann doch mal geknallt hat, so wie hier, müsst ihr nichts weitermachen, als einfach uns anzurufen. Wir kümmern uns um alles. Wir kümmern uns ums Abschleppen, um den Gutachter, um die Regulierung und natürlich darum, dass das Fahrzeug nach Toyota-Richtlinien wieder 1a repariert wird. Wir sind für euch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Samstagsvormittags auch. Wenn aber trotzdem irgendwas außerhalb unserer Geschäftszeiten passieren sollte, gibt es eine 24-Stunden-Hotline, die alles für euch regelt. Lass uns einfach mal über Geld reden. Was kostet denn der ganze Spaß? Also bislang konnte ich mit jedem Kfz-Versicherer mithalten oder war meistens sogar günstiger. Bei mehr Leistung. Das ganze Jahr über haben wir für euch Angebote. Hier zum Beispiel für den IGO Cross. Haftpflichtversicherung, Teilkasko und die Vollkasko für nur 29,90 Euro im Monat. Und hier eines meiner liebsten Angebote, die Toyota Hybrid-Versicherung. Ihr könnt über euer Fahrverhalten selber entscheiden, wie teuer eure Versicherung ist. Je mehr ihr rein elektrisch fahrt, desto günstiger wird eure Versicherung. Mit der Toyota-Versicherung lassen wir euch niemals im Regen stehen. Mit uns seid ihr auf der Sonnenseite. Also kommt vorbei und lasst euch euer individuelles Angebot rechnen, damit ihr bis zum 30.11. noch wechseln könnt. Du nimmst das wieder alles als Outtake, ne? Gott, womit bin ich denn angefangen? Mein Gott, ne. Das war scheiße. Enthalten ist... Wir lassen euch nicht im Regen stehen oder wir lassen euch... Wir lassen euch...